hallo ihr lieben ich möchte euch heute gerne mal wieder eine kartenlegung machen aus diesem kartendeck self care liebe dein inneres licht liebe und lebe dein inneres licht hier heißt es liebe von die texte sind von mir und diese wunderschönen lichtwesen sind von heike hild gemalt ich kenne heike hild schon sehr lange und ich liebe ihre ja ihre bilder ihre lichtwesen bilder und wir haben zusammen ein kartendeck kreiert und da geht es ganz tief um selbstfürsorge was brauchen wir und ich möchte für euch ja einfach mal eine kleine legung machen aus drei karten und wenn du erlaubst dass ich dein energiefeld scanne und spüre also dass du dass die karten ja dich mit fühlen dann sei so lieb und gibt dem video ein like gibt dem ganzen ein herzchen schreib ja in die kommentare oder danke oder bitte oder irgendwas ja ich empfinde die zeiten gerade als sehr herausfordernd im sinne von dass wirklich im außen sich gerade auch einiges zeigt was sich irgendwie neu neu formieren will wo man wirklich gar nicht weiß was hat denn 5d hier vor was hatten die neue energie hier vor ich weiß nicht wo du gerade stehst wenn du zur community gehörst wenn du spürst ja das berührt dich dann bist du gerade in einem zustand wo du das gefühl hast du hast eigentlich alles gesagt mehrmals oft und das heißt nicht dass es nichts neues unter der sonne gibt aber diese gewisse müdigkeit dieses auf der einen seite ist es eine aufbruchstimmung auf der anderen seite ist es so ein gefühl bei sehr vielen mit denen ich in kontakt bin ja ja was sollen da jetzt eigentlich neues kommen wie sollen sich das anfühlen dann müsste sich ja wirklich alles verändern und wir können uns gar nicht vorstellen in welche richtung das gehen soll und was ich bei vielen erlebe und das geht mir auch so wenn ich so meine fühler so ein bisschen in das neue hinein strecken möchte dann spüre ich dass sie sich formt und sofort wieder auflöst formt sofort wieder auflöst formt sofort wieder auflöst und es geht immer noch darum immer noch darum dass wir spüren wo sind wir noch in alten vorstellungen verhaftet warum dauert das so lang naja es dauert nicht lang wir sind ja seit seit eonen immer wieder inkarniert in der idee wir sind getrennt von uns selbst nicht weil wir zu blöd waren um es irgendwie zu merken ja wir sind ja doch geistige seelische spirituelle wesen nein sondern weil wir die erfahrung machen wollten wie ist es denn ein fühlendes wesen zu sein ein körperliches wesen zu sein ein wesen zu sein das sich getrennt fühlt von anderen ein wesen zu sein das sterben kann das sich also wieder von sich selbst trennt ja sterben ist die ultimative trennung zwischen körper und seele das heißt wir alle wissen wir werden diese letzte trennung auf jeden fall noch erleben damit umzugehen ist eine unermessliche herausforderung und je länger wir auf diesem weg sind je mehr wir wieder mit uns selbst in die einheit kommen desto mehr spüren wir wie groß diese herausforderung tatsächlich ist und bei mir ist es so je mehr ich das spüre wie groß diese herausforderung tatsächlich ist desto mehr mitgefühl bekomme ich mit dem mensch sein mit den menschen aber auch mit dem mensch sein an sich und ich möchte dir jetzt mal eine karte ziehen wenn du dich davon berührt fühlst wie gesagt gib mir ein like gib mir ein ja das tut auch dem algorithmus übrigens natürlich gut wenn du dich von dem was ich jetzt gerade gesagt habe berührt fühlst wann auch immer du dir das anschaust dann ziehen wir mal die erste karte mit der frage was braucht es jetzt an selbstfürsorge um diese unendliche last verantwortung herausforderung zu meistern die es bedeutet mensch zu sein einfach mensch zu sein was tut uns gerade gut um diese herausforderung eher alte emotionalen abstand mensch sein bedeutet ja in allererster linie auch fühlen also emotionen haben woher weiß ich das weil wir wenn wir geboren werden fühlende wesen sind wahrnehmende fühlende wesen das heißt es ist scheinbar im sinne der seele zu fühlen das ist die nummer 25 für alle die die sich für zahlen interessieren jetzt noch ein bisschen besser hier würdest du eine 25 sehen und ich habe ein kleines büchlein dazu geschrieben ich bin ja ein fan dieser dieser bücher ich weiß die kartenlegerinnen und kartenleger gucken da natürlich gar nicht rein da guckst du auf die karte kriegst den impuls und fertig aber ich habe mir schon auch ein bisschen was dabei gedacht und möchte euch gerne einfach mal anbieten ja du bist an einer sache einem menschen oder einem tier zu nah dran auf diese weise kannst du nicht hilfreich sein oder du schadest dir sogar selbst je nachdem worum es sich handelt es kann sein dass dein inneres kind in resonanz mit gefühlen geht die eine aktuelle angelegenheit in dir aufsteigen lassen bitte dein inneres kind also dich selbst als kind dir zu zeigen welches erlebnis aus deiner kindheit dieselben oder sehr ähnliche gefühle in dir auslöst wie die jetzige situation auf die sich diese botschaft bezieht okay ich weiß was ich damit meine natürlich das heißt es könnte sein das gerade situation entsteht oder du gerade in einer situation bist die dich sehr stark an eine situation aus deiner kindheit erinnert das heißt gar nicht dass die situation auch nur im entferntesten so aussieht aber sie fühlt sich gleich an du hast also die gleichen gefühle und der sinn der sache ist natürlich dass du diese situation in die heilung bringst weil du an der stelle noch von dir getrennt bist das heißt probier mal bitte oder oder schau mal bitte ob du fühlen kannst welche gefühle sind das denn die dich da gerade zu triggern und jetzt gehen wir mal nicht mit dem kopf ran das kann sein dass die situation im außen mit gar nichts zu tun hat was du jemals in deiner kindheit erlebt hast ja aber es ist ein gefühl du merkst ja da wird ein gefühl in mir berührt und dieses gefühl kenne ich was könnte das sind für ein gefühl sein atme und erlaube diesem gefühl sich jetzt zu zeigen und noch mal für einige von euch das spüre ich nämlich gehe nicht mit dem kopf ran nicht mit dem emotionalen vergleichen das hat sich da so angefühlt das fühlt sich jetzt so an sondern erlaubt dass sich das gefühl das ich da zeigen möchte jetzt einfach zeigt jetzt kommt jetzt hast du es ja ja erlaubt es und jetzt erlaubt mal gleichzeitig dass sich eine erinnerung aus deiner kindheit zeigt in der du oder jemand der den nahe stand diese gefühle auch hatte wir sind gerade in einem emotionalen spiegel jetzt stell dir mal diese situation bitte vor in der diese gefühle die du heute fühlst entstanden sind oder in der du sie als kind auch gefühlt hast stell dir einfach mal diese situation bitte vor du bist ein kind und du oder jeder in jemand in deiner umgebung fühlt sich auf diese weise ja die da in dir gerade immer wieder ausgelöst wird sehr gut und jetzt stellst du dir mal bitte vor dass du als der mensch von heute mit in die situation von damals hinein gehst bist jetzt also zweimal da als das kind das diese gefühle schon mal erlebt oder bei anderen gesehen hat und als der erwachsene von heute bei dem diese gefühle wieder getriggert werden sehr gut und jetzt stell dir mal bitte vor dass du das kind das du einst warst ganz fest in den arm nimmst und sagt dem kind ich bin jetzt da ich halte dich und du musst nie mehr allein sein ich bin da und sag dem kind heute meistere ich diese situation ich bin erwachsen ja und dann stell dir vor dass dieses kleine kind in dir einen wunderschönen ort hat ganz tief in dir an dem es spielen kann sich ausruhen kann an dem es sicher ist an dem es geborgen ist und sag dem kleinen kind in dir du musst nie mehr in der außenwelt irgendwas leisten oder meistern oder aushalten ich bin jetzt da der oder die große ich bin da ich meistere die außenwelt und ich kann sie auch meistern und du kleines musst das nie mehr machen ja lass dich atmen lass dich wahrnehmen was das verändert wenn du weißt das kind in dir das getriggert wird das also die situation von heute als auslöser erlebt dieses kind in dir ist jetzt in sicherheit und die zweite karte ist finde den mut in einer bestimmten sache uneingeschränkt ja zu sagen und wir haben interessanterweise wieder das gelb wieder das blau also hier ist sehr viel rosa hier ist nicht so viel gelb und so viel blau und ich finde die sehen auch ähnlich aus die lichtwesen also jetzt sind die flügel gelb nur noch ein bisschen blau schau einfach mal was es mit dir macht und das ist die zahl 16 finde den mut in einer bestimmten sache uneingeschränkt ja zu sagen wenn also die getriggerten gefühle jetzt befriedet sind und du sagst uneingeschränkt ja was passiert denn dann manchmal bietet uns das leben etwas an das wir unbedingt annehmen sollten wenn du diese karte ziehst dann ist das eine solche situation das was das leben dir schenken will kann auch etwas inneres sein ein wissen eine innere wahrheit eine vision es kann bedeuten dass du uneingeschränkt ja zu dem sagen darfst was du wirklich willst es kann sich um einen glücksfall im außen handeln vielleicht auch beides du darfst vertrauen das was sich dir anbietet dient deinem seelenweg und bereichert dein leben es ist etwas worauf du schon lange gewartet hast was dir plötzlich klar wird oder was sich gänzlich unerwartet zeigt nimm es an und erlaube dir das zaudern und das zögern einmal zu unterlassen geh all in das heißt gib dich dem was sich dir jetzt zeigt uneingeschränkt hin Achtung es kann auch sein dass sich das ja auf ein inneres nein bezieht wenn du zum beispiel spürst dass du etwas auf gar keinen Fall willst dann ist das ja das hier gemeint ist ein ja zu deinem nein ich gebe dir mal vier coachingfragen wenn du es wüsstest und dir selbst glauben würdest welche äußere oder innere situation oder wahrheit braucht jetzt dein volles ja wo fragt dich das leben also wählst du das und von dir braucht es ein ja in welchem lebensbereich solltest du jetzt all in gehen damit etwas neues und wunderbares geschehen kann und all in bedeutet jedes zögern jede versicherung jedes hintertürchen mal aufzugeben und zu sagen okay okay ich gehe mal mit all meinen Ressourcen da rein und nein und nein das bedeutet nicht dass du all dein Geld irgendwo hin überweisen sollst weil dir jemand das sagt damit du dann irgendwie keine Ahnung ja Zugriff auf ein Konto kriegst oder ne also all in bezieht sich nicht wie am Spieltisch auf dein Geld all in bezieht sich auf gib dich den ganzen rückhaltlos hin wie gesagt es kann auch sein dass du uneingeschränkt ja zu deinem unguten Bauchgefühl sagen darfst ich sage das aus einem Grund weil ich gerade in meinem Bekanntenkreis erlebt habe dass jemand nicht gescheit auf sein Bauchgefühl gehört hat und da finanziell so ein bisschen ausgenommen wurde ja das ist damit nicht gemeint was brauchst du noch um voll und ganz ja zu sagen was brauchst du noch und wie könntest du dir das was du da noch brauchst sei es eine Information oder eine bestimmte Sicherheit wie könntest du dir das beschaffen lass das mal in dir wirken und jetzt ziehen wir der dritte Karte zu ja gar nicht zu einer Frage einfach nur so als Information der geistigen Welt der Spirits der Engel der Lichtwesen wir rufen euch seid ihr sowieso da bitte gebt uns noch eine Information wir stellen gar keine Fragen wir stellen überhaupt keine Fragen auch nicht dann wie ist der Ausgang oder einfach nur was braucht es noch was wollt ihr uns noch ja befreie deine Beziehungen von allem was sie belastet hier sind wir nicht mehr im gelb gelb blau Bereich hier sind wir bei der neun befreie deine Beziehungen von allem was sie noch belastet okay die neun in deine Beziehungen seien es Kontakte im Internet ah interessant das immer wieder Freundschaften Liebesbeziehungen oder familiäre Bindungen haben sich Ansprüche und Bedürfnisse eingeschlichen die diese Beziehungen belasten du bist zum Beispiel öfter in den sozialen Medien unterwegs als dir gut tut weil du dich dann selbst nicht spüren musst das wäre die Beziehung zu dir selbst du erwartest in einer Freundschaft emotionale Unterstützung für dein inneres Kind obwohl deine Freundin keine Lust hat und sowieso nicht in der Lage ist dir zu geben was du als Kind nicht bekommen hast oder du gibst in einer Beziehung mehr als es sich für dich stimmig anfühlt weil du Angst hast den anderen sonst zu verlieren welche Beziehung ist hier gemeint welche Beziehung ist hier gemeint hinter ungesundem Verhalten steckt immer ein zugrunde liegendes Bedürfnis welches könnte das sein worum geht es für dich wirklich in welche deiner Beziehungen könntest du zu viel investieren ich mag das Wort investieren überhaupt nicht weil für mich eine Beziehung kein Tauschgeschäft ist und auch keine Geschäftsbeziehung aber mit investieren ist gemeint wo gibst du zu viel Energie rein um etwas zurückzubekommen und sei es auch nur das Gefühl ich bin an der Stelle nicht alleine worin besteht das womögliche Gift das in deinen Beziehungen wirkt also die Karte meint es schon ernst irgendwas ist hier wirklich ein bisschen drüber du gibst zu viel du erwartest vielleicht sogar zu viel du gibst vielleicht sogar zu wenig vielleicht geht es eben auch um die Beziehung zu dir selbst welchen Gewinn könntest du durch die toxischen Verhaltensweisen erzielen oder erzielen wollen und wie könntest du diesen Gewinn auf eine andere gesündere Weise erlangen was willst du also von dieser Beziehung das kann auch die Beziehung zu deinem Körper sein vielleicht hat sich da auch was ungesundes eingeschlichen dann wäre das toxische zu viel Zucker zu viel Nikotin zu viel Alkohol zu wenig Schlaf zu viel von dem zu wenig von dem wie könnte eine Detox-Kur in diesem Bereich für dich aussehen an welcher Stelle in deinem Leben bist du in einer nicht ganz so gesunden Beziehung wenn man das mal ganz breit fasst vielleicht ist es die Beziehung zu deinem Geld vielleicht zu deiner Berufung vielleicht zu einem Menschen vielleicht zu deinem inneren Kind vielleicht zu deinem Partner zu deinem Körper was brauchst du um einige Zeit enthaltsamer zu leben und die ungesunden Verhaltensweisen zu unterlassen also an welcher Stelle schadest du dir noch selbst in irgendeiner Beziehung wie gesagt zu dir zu anderen zu deiner Berufung zu deinem Job zu irgendeiner Beziehung ich will gerade mal schauen ob wir hier noch eine Info kriegen hier ist nochmal ein heute hast du die Kraft für heute heute hast du die Kraft für heute auch wieder sehr ähnliche Farben dann nehmen wir die beiden auch mal schön in Beziehung miteinander du brauchst nur für heute dieses ungesunde Verhalten zu unterlassen nur für heute vielleicht kennst du den Slogan nur für heute aus den Zwölf-Schritte-Gruppen ich bin lange Jahre in die Meetings gegangen der Zwölf-Schritte-Gruppen für Ess-Süchtige und für Co-Abhängige und lebe auch heute noch im Zwölf-Schritte-Programm weil ich davon einfach extrem viel halte und da ist ein ganz ganz wichtiger Slogan für heute kannst du das tun was dir gut tut nur für heute wenn du nicht also angenommen es wäre Alkohol bei mir ist es nicht Alkohol wenn du nicht wenn du wenn du dir vorstellst du darfst für den Rest deines Lebens kein Alkohol mehr trinken als Alkoholiker bist du völlig überwältigt wenn du aber sagst nur für heute nur heute trinke ich kein Alkohol nur heute das kriegt man vielleicht hin nur heute und manchmal bedeutet heute nur für die nächsten fünf Minuten nur für die nächste Sekunde nur den nächsten Wimpernschlag nur gerade jetzt heute nur für heute 24 übrigens einige von euch Fragen höre ich im Kopf nur für heute kannst du deine Beziehung genesen lassen zu wem auch immer zu was auch immer zu was auch immer ich glaube bei einigen von euch ist es die Beziehung zum Körper zur eigenen Berufung zur eigenen Seele also etwas sehr Intimes etwas Internes wo hast du eventuell ungesunde Verhaltensweisen und wie könntest du diese nur für heute unterlassen und wenn du dich heute schon geschädigt hast dann fängt dein nur für heute jetzt an jetzt in dieser Sekunde jetzt ab jetzt ist heute nur für heute sei also ganz ganz ehrlich in welcher Beziehung schadest du dir in welcher Beziehung wozu oder zu wem schadest du dir und nur für heute kannst du das schädigende Verhalten einmal lassen damit lassen wir es mal stehen ihr Lieben ich hoffe von Herzen euch gedient zu haben und bin wirklich sehr sehr gerne für euch da wenn ihr mehr von dem haben möchtet kommt in die Kristallquelle online das ist mein ein Mitgliederbereich hier auf YouTube da bekommt ihr Kartenlegung Meditationen fast in jedem Monat auch ein Live im letzten habe ich es nicht geschafft wegen vielen Umzügen und so weiter aber jetzt in diesem Monat gibt es auch wieder ein Live also wenn es dich ruft ein bisschen mehr im Kontakt zu sein ein bisschen mehr Energie gehalten zu bekommen dann ruft es dich vielleicht in die Kristallquelle online ihr Lieben bis ganz bald